Hallo liebe Brautpaare, ich möchte euch heute etwas vorstellen und zwar habe ich in meiner Hand eine Beleuchtung, das nennt sich Uplight, die für tolle Ambientebeleuchtung sorgen, in der Innenausstattung, also jetzt auf einer Hochzeit, die ihr hier seht oder auf irgendeiner Feier, egal wo. Genauso kann man die auch draußen benutzen, schön die Wände draußen beleuchten und so weiter. Kommt mal mit, ich zeige euch ungefähr, wie wir die aufstellen und später gibt es natürlich auch noch abends ein Video, wie das Ganze aussieht. Was toll an den Dingen ist, die sind akkubetrieben, man kann sie wirklich in jeder Ecke aufstellen und das Ganze natürlich auch kabellos und verschiedene Farben, nach euren Wünschen natürlich auch einstellbar. Ich habe mir gedacht, ich stelle jetzt einfach ungefähr vier Stück hinter dem Brautpaare-Tisch auf, die also die Ecken fassen super dazu, wir stellen die jetzt einfach mal auf und wie ich schon erwähnt habe später, seht ihr dann ungefähr, wie das Ganze dann abends bzw. nachts aussieht. Einmal, und die restlichen holen wir jetzt auch noch. Bis dann! Sieht das Ganze vorher aus, ja, und gleich zeigen wir euch, wie das Ganze aussieht, wenn man das einschaltet. Sieht das Ganze nachher aus, ja, ihr erkennt den Vorher- und Nachher-Effekt, wir haben jetzt sogar sehr hell hier drin und trotzdem sieht man schon den tollen Effekt hier, wunderschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal.